In Leipzig muss dieser marode Steg über die Nahle ersetzt werden. Eine schöne neue Brücke soll her. Vier Meter breit oder doch lieber fünf? Diese Frage sorgt im Stadtrat für endlose Debatten. Das Hin und Her führt dazu, dass der Neubau schon jetzt 2,2 Millionen Euro teurer wird. Ohne dass überhaupt ein Spatenstich gemacht wurde. Das ist für mich unfassbar, dass wir es immer wieder schaffen, Geld zu verschwenden, weil wir nicht in der Lage sind, zeitnahe Entscheidungen zu treffen. Das ist furchtbar. Wenn ich ehrlich bin, das ist bescheuert. Mehr fällt mir da nicht ein. Ganz ehrlich. Dass der Nahle-Steg ganz dringend erneuert werden muss, steht seit Jahren fest. Er wird nur noch notdürftig mit Eisenklemmen zusammengehalten. Im Januar 2022 stellt die Stadt Leipzig ihre fertige Planung im Stadtrat vor. Der Steg soll vier Meter breit werden und drei Millionen Euro kosten. Aber der Stadtrat lehnt den Entwurf ab, will eine Breite von fünf Metern, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer. Alles wird gestoppt. Das Ding muss völlig neu geplant werden. Dann stellt man fest, fünf Meter sind Blödsinn. Denn der Weg zur Brücke ist sehr viel schmaler und absolut ausreichend. Also alles auf Anfang. Der Steg soll wie ursprünglich geplant neu gebaut werden, kostet jetzt aber wegen enorm gestiegener Baukosten mindestens 5,2 Millionen Euro. Anstatt einfach zu sagen, man macht sie jetzt vier Meter, reicht doch. Und warum muss man sich da streiten? Einfach bauen. Das ist diese schlimme deutsche Bürokratie, dass alle so Projekte dann dauernd teurer werden. Im Leipziger Rathaus ärgert man sich über das teure städtische Planungschaos. Am Ende sind es Steuergelder. Aus welchem Topf es kommt, kann man diskutieren. Aber ein Steuergeld bleibt Steuergeld. Und die Leute, die die Steuern zahlen, die reiben sich natürlich die Augen gar nicht verstehen. Und hätte man hier einmal innegehalten im Stadtrat, einmal länger diskutiert, nochmal sich vier Wochen Zeit genommen, hätte man es vermeiden können. In Leipzig haben die Menschen kein Verständnis für das kostspielige Hin und Her. Diese 2,2 Millionen Euro, die jetzt das Meer kostet, für andere Dinge viel besser hätten investiert werden können. Und das ist ehrlich gesagt sehr schade und traurig. Weil wir Weltmeister im Diskutieren sind. Da ist niemand da, der sagt, so wird es gemacht. Eigentlich sollte der Steg nun schon fast fertig sein. Jetzt soll die neue Brücke Ende nächsten Jahres eröffnet werden. Wenn in Leipzig nicht wieder was dazwischen kommt.